Ich habe keine Schwangere sexuell belästigt, Leute. Ganz ehrlich, ihr gebt mir mit eurem Kindergarten echt auf den Sack. Ich belästige niemanden. Ich sagte, so entstehen Könige und Königinnen, die müssen vorher mit mir in die Kiste springen. Ach, ja, bald kann Simone auch zocken. Stimmt! Sie darf gerne meinen Joystick verwenden. Ja, Drac, jetzt habe ich meinen eigenen Joystick dann. Heute haben wir erfolgreich bestellt. Ey, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ja. Meinen, hättest du es sonst haben können. Und das ist übrigens keine verstörende Stimme gewesen, gell? Also, das war meine Originalstimme. Hm. Ja, Drache, gib mir noch ein bisschen Zeit. Du bist gerade gekommen. Nö. Dafür fehlt mir zu viel Eisen. Dass sie schmecken. Jetzt will ich auch einen. Also, Joker oder Monte würde ich auch gerne mal schmecken. Musst du einfach nur fragen. Verkauf dir meine Unterhosenverkauf ist immer Wochenende um 20% reduziert bei mir. Ich habe mich nicht. Ist die wieder AFK? Die masturbiert schon wieder. Ah, das ist richtig. Ja, warum nicht? Die ist so scharf auf mich, deswegen. Ja, was ist sowas von? Ist ja nichts dabei. Was die für Vorstellungen manchmal hat. Ja, ihr zwei macht das doch auch, also. Ja? Ja, bist du auch zum Anbeißen. Ich weiß. So Sachen mit Füllung esse ich sowieso schon ganz gerne mal. Ich auch. Das kann man falsch verstehen. Naja. Monte hat eine Füllung von mir. Was glaubt ihr, wo das Kind herkommt? Ach so, ja. Es ist ja das Wissen schon. Also, da hast du nicht gelacht. Da ging es ja noch, oh ja, Hertha. Sag mal, hast du heute Nacht schlecht geträumt? Also, wenn es ein Trauma war, dann wäre das sehr realistisch. Du hast mich doch schon sauber, dass ich bei dir im Bett lag. Da kann man nicht stimmen. Ich habe da lag in meinem Bett und mein Geist in deinem. Weißt du, was lustig ist? Ich habe heute auf der Couch geschlafen. Was? Was? Dann lagen unsere beiden Geister wohl in deinem Bett. So, so. Okay. Wenn mein neuer Gaming-Laptop ankommt, magst du mit mir dann zusammen mal was zocken? Ich zocke für gewöhnlich nicht mit den Leuten. Ja, für gewöhnlich. Ich bin ja nicht gewöhnlich. Ich bin ein Pudding. Was kriege ich denn dafür? Was willst du denn dafür? Ein Höschen. Naja, mit dem Höschen kann ich nichts anfangen. Ich hätte lieber den Inhalt des Höschens. Und ich meine damit jetzt nicht reingepullert oder sonst was. Ich will das, was darin normalerweise verpackt ist. Tja, Leute. Langsam wird es eng. Ich habe noch immer keine Versandbestätigung bekommen. Wir sind in Strapsen vor deinem Tor gestanden. Du hast es nicht aufgemacht. Wenn deine Frau in Strapsen vor meiner Haustür steht, dann würde ich auch nicht aufmachen. Echt nicht? Ich stehe nicht auf Strapsen. Dann müsstest du in der Früh in der Strapsen einen Heizstab anbieten. Ich bin da. Baby. Oh ja, dann kannst du mir das hier blubbern. Na, okay. Na, ein bisschen höflicher, Drache. Ein bisschen, ein bisschen... Okay, dann kannst du mir noch einen blasen. Bitte. Höflich genug? Geht doch. Geht doch. Das ist aber sehr freundlich. Jetzt müssen wir noch was überlegen, was wir als erstes zocken wollen. Finden wir schon was. Zwei Frauen gegen Drache. Ja, gerne, Drache. Aber ich glaube nicht, dass wir fast nur Phobia spielen, weil ich gestern nur alleine, wie ich drinnen war, mir fast... Das hast du, glaube ich, missverstanden. Warum? Meine Aussage hast du, glaube ich, missverstanden. Dann erklär es mir. Zwei Frauen gegen Drache. Was gibt es da zu erklären? Das ist das gleiche Spiel wie Fünf gegen Willi, mit dem Unterschied, dass es eben nicht fünf, sondern zwei sind und zwei Frauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das auf dem Laptop spielen kann. Kann man eben nicht. Ich hatte ja nie den Laptop erwähnt, glaube ich. Ich habe gerade rein. Schau. Was? Möchte ich heute auch noch machen, übrigens. Meine Bestellung ist unterwegs zum Klumpen-Walken. Huhu. Das ist sehr gut. Wir müssen das machen, wenn du bei mir wirst. Nimm das der Nachbarn für dich an? Nein. Drache, dann geht es nicht. Dann kann ich nicht zu dir kommen. Ich denke, ich und Joker haben auch zusammen Spaß. Jetzt lässt du mich auch noch am Stich, Simona. Nice. Oder ihr wartet bis morgen der Laptop ankommen, dann kommt dann zu mir. Dann helfe ich euch beim Einrichten. Ach so, ich soll zu dir kommen? Nein. Das waren Joker und Simone gerichtet. Aua, Blink. Das würde ich ja gerne wissen, Joker, was du da beim Rainer angestellt hast, dass du Mod geworden bist. Das muss ich dann auch mal probieren. Ich bin mir vorbeigekommen, habe mir einen geblasen, hat sich ficken lassen, passt. Frag mal Alexa ein bisschen was. Ich habe keine zu Hause. Alexa, fick mich. Diese Dinge kann ich nicht machen. Da, wo ich ja mein Lebensmittel bestellt habe, die müssen sich auch hier einen Teil gedacht haben. Warum? Weil ich auch Gleitgel bestellt habe. Warum nicht? Dudex, 2 in 1 Massage und Gleitgel. Was? Gleitgel kann man schon jetzt zur Massage benutzen.